Soll ich mal bitte auf einer Karte eine Prüfung. Wie meinst du? Die abgelehnt eine Sprecherkarte. Jetzt können wir das nachher rein tun. Ach so, ja. Was markieren? Was da drauf ist, welche Prüfung. Oh, das ist aber schwer. Mit morgen, morgen wäre das cool. Das haben wir jetzt noch irgendwelche Zwischen machen oder so vorher morgens. Dass man die dann einfach da rein tun kann. Weil das am Ende ist, kann man das nicht mehr zuvor. Ja, aber wir kriegen das auch so hin, indem wir das nach Zeit machen. Also Zeit und dann kannst du ja, wie früher das gedreht wurde. Für heute auf jeden Fall. Aber das ist gut, wenn man dann auch trotzdem das einfach wegpacken kann. Aber dann müssen wir noch Zeit bei den Kameras einstellen, weil die sind jetzt alle auf kein Datum eingestellt. Ja. Ja. Also ich denk, weiß nicht mehr, wenn man morgens jetzt ein paar Tutschen macht und dann einfach die Prüfung reinführt. Ja. Das ist auch natürlich. Und die geb ich dir, weil die wirst du dann bald brauchen. Was ist das? Ne, ich brauch nix mehr. Aber die Kamera, ja. Ja, genau. Das hier noch eine ist. Dankeschön. Achtung, bitte nicht laufen. Das ist gleich zu Ende. я nach oben. Das hierben, wir warten. Ja. Genau. Das haben wir drauf 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 und verlichen basically auch die Wundern in der